Edmund Heidner hat große Pläne in Goßen, einem kleinen Ort hinter der Berliner Stadtgrenze. Bis zur Wende wurden hier DDR-Spione für Einsätze im westlichen Ausland geschult. Im Kriegsfall sollten Teile der Stasi von Bunkern aus weiterarbeiten können. Nun sollen hier Familien wohnen, darum hat Heidner das geschichtsträchtige Grundstück 2007 gekauft. Dieses Gelände wurde von 1982 bis 1988 gebaut für 700 Millionen Mark der DDR. Und hier wurden die Verbindungsoffiziere ausgebildet, die den Kontakt halten sollten von der Stasi hier in der DDR zu den Auslandskundschaftern oder Auslandsspionen vor Ort. Zahlreiche Relikte lassen erahnen, wozu die Einrichtung mit dem Codenamen Das Kombinat 1 diente. Die Hauptverwaltung Aufklärung, kurz HVA, ist der Auslandsnachrichtendienst der DDR und gehört zum Ministerium für Staatssicherheit. In Goßen durchlaufen die Agenten individuelle Programme, je nach Einsatzgebiet. Die mussten hier die Sprache erlernen. Man nannte hier dieses Gelände auch Papageienschule. Und mussten die Sitten und Gebräuche der Länder erlernen, wo eben ihre Grundschafter tätig waren. 1990, zwei Jahre nach der Eröffnung, verliert das Gelände seinen Nutzen. Die Projektoren im Kino sind zu diesem Zeitpunkt gerade mal 61 Stunden in Betrieb. Die Schulungsfilme stehen seit zwei Jahrzehnten in den Regalen. Das ehemalige Stasi-Gelände mit seinen Bunkern und Sporteinrichtungen liegt im Dornröschenschlaf. Dabei herrschte hier einst eifriges Treiben. Mir hat mal ein ehemaliger Lehrer von dieser Schule erzählt, dass zu früheren Zeiten, also als dieses Gelände noch der Stasi gehörte, die Gespräche zwischen Kohl und Schäuble alle mitgehört worden sind. Und wir haben hier auch noch eine direkte Telefonleitung nach Warschau, die Öldruck gepuffert ist. Von da aus ging es dann gleich weiter nach Moskau. Also die Kommunikationsmöglichkeiten auf diesem Gelände waren hervorragend. Die Leitungen werden nicht mehr genutzt, die mittlerweile sanierte Wohnanlage schon. Dort, wo Agenten früher für den Auslandseinsatz übten, spielen heute Familien mit ihren Kindern.